David hört einfach auf zu meinen Augen. Kannst du ihm nicht etwas aufheizern? Vielen Dank. Schau wer da ist, David, das Ebenbild von heute. Oh, es wird langsam Zeit für sein Fläschchen. David ist anscheinend schon wieder viel besser gelaunt. David. Vielen Dank für deine Hilfe, Ebenbild von Edebe. Hier ist eine Kleinigkeit für dich. Würdest du ein wenig mit David spielen? Vielen Dank. Schau wer da ist, David, das Ebenbild von Edebe. knows. Das Ebenbild von Edebe.